Die letzten Tage hat ein Fotografer gesagt, dass es nicht richtig ist, es ist keine reale Bildung, keine reale Fotografie. Wenn man nicht den Bildschirm anschaut, dann sagt man, gib mir einen Moment. Es hat schon etwas Metaphorisches auf eine Art, heutzutage eine dunkle Kamera zu bauen. In 1993 bin ich in Sarajevo. Ich hatte meine erste Produktion in Live. Für mich war es wow. Plötzlich heißt es, dass wir für die iPad-Version ein Video machen wollen und dann merkt man, shit, oder? Das kann ich ja gar nicht quasi. Ich glaube, dass die Idee des Fotografen sich komplett verändern muss. Sie muss mehr Richtung Autoren gehen. Ich glaube, die Leute sind nicht sehr stolz. Wenn ich über die Leute spreche, ich spreche auch über die Fotografen, die Direktoren der Fotografen, die Chefs der Service, etc. Die digitale Revolution hat den gesamten Bereich demokratisiert. Sie hat aufs Plane-Level. Das ist ein tolles Thema. Ich denke, es ist unnötig. Der Ufer, der alte Ufer. Ich denke, es lohnt sich. Ich weiß es nicht. Verunsicherungen führen ja manchmal auch zu einem weitergehenden und Fortschritt. Dass es nur nicht bleiben kann, ist allen klar. Das sind unsere Service für die Planche-Contact. Das ist auch die Sermoniserie. Die Crayon-Grain haben immer ihre Utilität.